Hi Mucca Freaks, mein Name ist Max, ich komme aus Neues. Hinter mir die Pension, ein Männlein steht im Walde. Und so stehe ich auch gerade hier mit meinem Überseekoffer, der übrigens auch gefüllt ist, damit das hier auch... Ja, da muss natürlich was mit dabei sein auf der Reise. Und hier dieser Hut ist original aus Vietnam. Es ist auch heiß hier auf der Reise. Und auf der Reise, so heißt auch der neue Song, zu dem es ein neues Musikvideo gibt, jetzt in den kommenden Tagen auf youtube.com slash Maxim Neues. Ich hoffe, er gefällt euch. Ich versuche etwas Sommerfeeling damit zu verbreiten. Die Message ist, dass man nicht stehen bleiben soll, sondern dass das Leben eine Reise ist und es immer weiter geht, so lange wie man will. Und ja, viel Spaß. Wenn das Video jetzt draußen ist, könnt ihr auf die Villa, ein Männlein steht im Walde, klicken. Und da kommt ihr direkt zum Video. Ansonsten viel Spaß und danke. Mein Name ist Max, ich komme aus Neues. Bis Spiderman. Bis zum nächsten Mal.